Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ich mit OBS aufnehme, das heißt auch meine OBS-Einstellung euch zeige. Und ich muss leider sagen, dass ich in diesem Video leicht verschnupft war, deswegen habe ich den Anfang jetzt einfach weggeschnitten, deswegen fängt es gleich relativ spontan an. Auf jeden Fall, in diesem Video wird alles mögliche gezeigt und wenn ihr nochmal sehen wollt, wie man irgendwie streamt mit OBS, also die Streaming-Einstellung, habe ich dazu ein Video gemacht, das verlinke ich euch einfach unten in der Videobeschreibung, einfach mal draufklicken. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Ich würde mich auf jeden Fall mega über eine Bewertung freuen, war mir relativ viel Arbeit, das Video jetzt zu schneiden, beziehungsweise auch aufzunehmen und alles zu erklären. Und dann würde ich sagen, geht's los mit dem Video, bis gleich. Als erstes müsst ihr auf jeden Fall eine neue Szene erstellen, beziehungsweise ihr habt, glaube ich, eine Szene. Aber ich erstelle jetzt einfach mal eine neue Szene und nenne diese, ja, Minecraft zum Beispiel. Oder zum Beispiel Game. Einfach, ich nenne die Game oder ich nenne die Aufnahme oder was auch immer, ihr könnt die nennen, wie ihr wollt. Und dann habt ihr quasi hier, wenn ihr die öffnet, habt ihr keine Quellen. So, jetzt müsst ihr eine Quelle hinzufügen und das macht ihr einfach so. So, jetzt klick hinzufügen, Gameaufnahme und gebt dann zum Beispiel Minecraft ein. So, das macht ihr. So, und dann müsstet ihr hier Minecraft auswählen. Minecraft ist allerdings irgendwie hier nicht erkannt. Das liegt nämlich daran, dass ihr das Programm einmal starten müsst. Und dazu reicht es nicht, dass ihr einfach nur den Launcher startet, sondern ihr müsst einmal komplett in das Spiel reingehen. Das heißt, das mache ich jetzt auch einmal hier, drückt auf Play drücken und dann hier Aktualisieren drücken, wenn das hier unten erscheint. So, Aktualisieren drücken. Und eigentlich müsste es schon selber erkannt sein und dann direkt auf OK drücken. Und auf jeden Fall, bei jeder Minecraft-Version wird das automatisch angepasst. Was jetzt hier drin steht, hier steht jetzt 1.8.4. Wenn ihr jetzt mit der 1.7 startet, dann wechselt das automatisch. Also, da passiert auf jeden Fall nicht. So, dann ist es ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall das Bild auf die Bildschirmgröße streckt. Wenn ihr ein 720p Fenster aufnehmt, aber zum Beispiel mit einer mit 1080p aufnehmt, ist es so, dass euer Bild dann quasi zu klein ist und so wird das quasi gestreckt. Das Seitenverhältnis ignoriert ihr bitte nicht, weil sonst kann es sein, dass irgendwas total verzerrt ist. Wenn ihr das halt hier den Haken weglasst, dann kann es natürlich sein, dass ihr irgendwo schwarze Balken habt oder sonst irgendwas. Aber das ist besser als ein verzerrtes Bild, also lasst es lieber so. Auf jeden Fall den Mauszeiger mit aufnehmen und ja, dann lassen wir die Einstellung so. Ich habe den Gamma-Wert jetzt nicht verstellt und ja, das wäre es eigentlich. Drücken wir halt auf OK und dann wäre es das schon mit der Quellen-Einstellung bzw. mit der Szenen-Einstellung. Als nächstes geht es weiter mit der Aufnahme-Einstellung. Gehen wir auf die Codierung. Bei meinem Encoder habe ich X264 genommen, bin ich persönlich am zufriedensten mit und habe natürlich auch eine konstante Bitrate reingehauen. Das heißt, hier bei der maximalen Bitrate eine Bitrate von 12.000 und bei der Piffergröße habe ich erstmal das einfach deaktiviert. Ich brauche das nicht, ich brauche keine benutzerdefinierte Piffergröße. Das heißt, das wird alles automatisch angepasst. Ich benutze das CBR-Padding, habe ich auch aktiviert und ja, die konstante Bitrate, wie gesagt, habe ich auch aktiviert. Und dann kommen wir schon zur Audio-Codierung. Ja, bei der Audio-Codierung könnte das hier eigentlich auch auf 320 stellen. Das ist eigentlich total bescheuert, dass ich das auf 160 hatte. Es lag nur daran, dass das wahrscheinlich mal mein Stream-Profil war und beim Streaming geht halt nur 160. Deswegen 320. Beim Codec AAC und beim Format 48.000 KHz, weil ich alles in 48.000 KHz aufnehme. Und dann beim Kanal Stereo. So, in den Broadcast-Einstellungen könnt ihr halt einstellen, wo halt dann im Endeffekt das Video gespeichert wird, wenn ihr das jetzt aufnehmt. Dann könnt ihr natürlich hier noch einstellen, müsst ihr natürlich auf nur Datei-Ausgabe stellen, weil wenn ihr hier auf Livestream stellt, wird halt gelivestreamt. Und das ist ja natürlich ein Aufnahmeprofil. Deswegen auf Datei-Ausgabe. So, durch Suchen habe ich hier, habe ich Uta, Daten und YouTube, YouTube, YouTube-Baufnahmen, Müsli. Dann, ja, habe ich quasi, was hier im Endeffekt noch steht, Aufnahme. Das ist halt, wenn ihr halt Aufnahme drinsteht und der jetzt halt quasi nochmal aufnimmt, dann heißt halt die nächste Datei Aufnahme in Klammern 1 und dann geht es halt immer so weiter. Replay-Puffer habe ich auf 1 gestellt. Hier wird auch noch erklärt, genau was das ist. Ich brauche das aber allerdings nur auf 1, deswegen habe ich es so gelassen. Und der Replay-Puffer, das heißt, was irgendwie halt nochmal zwischengespeichert wird, wird irgendwo gespeichert. Das hier ist unter Videos. Das ist im Endeffekt gar keine richtige Datei. Die braucht ihr eigentlich auch nicht. Das heißt, ihr könnt es irgendwo hinpacken oder da lassen, wo es ist. Und alles ist eigentlich ganz gut. So, dann die Grafikkarte. Da will natürlich euer PC wissen, welche Grafikkarte ihr benutzt. Und wenn ihr zwei Grafikkarten habt, zum Beispiel der GTX 770 und GT350 oder so, keine Ahnung, ob es die überhaupt gibt, dann solltet ihr natürlich die bessere Grafikkarte für eure Aufnahme nehmen. Oder halt eventuell die eine Grafikkarte für die Aufnahme und die andere Grafikkarte nur für das Spiel. Also da müsst ihr halt gucken, wie ihr das am besten einstellt. Es geht halt nur darum, dass ihr quasi, wenn ihr mehrere Grafikkarten habt, dass ihr das verteilen könnt, dass ein Spiel über die Grafikkarte läuft und dass ihr halt quasi eure Aufnahme über die andere Grafikkarte läuft. Ja, ist aber allerdings nur für Leute mit mehreren Grafikkarten. Ich habe nur eine. Ich hatte mal früher zwei, aber ich habe das auch früher nicht gebraucht. Also ich habe es einfach so gelassen und dann war auch alles ganz gut. So, jetzt kommt es darauf an, was für eine Auflösung ihr haben möchtet. Die Basisauflösung würde ich allerdings immer auf 1920x1080 nehmen. Und falls ihr jetzt quasi 720p aufnehmen wollt, könnt ihr die Auflösung herunterskalieren. Das macht immer mehr Sinn, das runter zu skalieren, als hier das umzustellen. Denn da verändert sich hier was in der Szene und das wollen wir nicht. Also runterskalieren zum Beispiel hier auf 720p. Das wäre im Endeffekt dann hier 1280x720. Ich skaliere es allerdings nicht runter und nehme natürlich auch mit 60 FPS auf. Da könnt ihr natürlich auch 30 FPS einstellen, wie ihr das haben wollt. Wenn ihr 60 FPS hochladen wollt, dann stellt 60 FPS ein. Wenn ihr 30 FPS hochladen wollt und ihr trotzdem einen guten PC habt, stellt trotzdem 60 ein, weil dann könnt ihr, wenn ihr das Video im Nachhinein noch bearbeitet, zum Beispiel die Hälfte der Geschwindigkeit reinhauen. Das heißt, mit 30 FPS euch ein Video anschauen, also dass es quasi nur in 50%iger Geschwindigkeit abläuft. Aber ihr habt immer noch ein vollkommen flüssiges Bild. Das heißt, 60 FPS sind natürlich schlau. Ihr könnt natürlich auf 120 stellen oder so. Dann könnt ihr es halt viermal verlangsamen oder so. Dann ist es halt immer noch ein flüssiges Bild. Ich brauche das allerdings nicht. So, die Aero-Oberfläche beim Start habe ich natürlich deaktiviert. Das liegt einfach nur daran, dass es manchmal Probleme gibt, irgendwie, dass mein Minecraft dann irgendwie so, oder dass mein PC sagt, ja, wir wollen hier die Auflösung auf Basis setzen, weil der PC verbraucht so viel Leistung oder so. Und weil man diese Meldung bei Windows 7 nicht wirklich deaktivieren kann. Die kommt halt immer wieder, obwohl man sagt, nee, ich möchte das nicht mehr angezeigt bekommen. Also man kann da extra klicken, so nicht mehr anzeigen und das kommt halt trotzdem wieder. Das heißt, aktiviert das einfach. Ihr habt da so keinerlei Probleme. Und ich finde, für die Aufnahme ist das, das fand ich besonders schön hier, aber für die Aufnahme reicht es auf jeden Fall. Wenn man OBS schließt, stellt sich das automatisch wieder zurück. Also alles gar kein Problem. Ihr könnt das ja hier ein- und ausstellen. So, gehen wir auf Audio. Beim Audio habe ich natürlich auch mein Mikrofon aufgenommen. Obwohl ich meinen Sound nicht mit diesem Programm aufnehme, sondern mit Audacity. Hochschul-Torferenzführung 200, das brauche ich alles gar nicht. Also ihr könnt das hier komplett übernehmen. Ich brauche das allerdings nicht. Das war es jetzt. Und wir gehen jetzt zu den Hotkeys. Ja, bei den Hotkeys ist es so, ich habe zum Aufnahmestart und Aufnahmestoppen halt die Taste F9. Ist halt für mich ein Hotkey, wo ich nicht draufkomme. Also zum Beispiel so eine Taste wie Shift oder so. Da kommt man halt ständig drauf. Dann wird man ständig die Aufnahme stoppen. Ist halt wie bei Fraps. Ich habe damals mit Fraps aufgenommen, deswegen brauche ich das eigentlich so. Joa, und deswegen. Sonst allerdings habe ich gar keine Einstellung außer beim Stream. Da habe ich Mikrofon Mute und Desktop Mute. Habe ich beides auf Minus gesetzt, weil halt ich mich da auch im TS mute. Und das ist halt sehr praktisch. Da kann man mit einer Taste direkt alle Verbindungen kappen, falls mal irgendwie plötzlich jemand reinkommt. Aber bei einer Aufnahme brauche ich das nicht. Da schneide ich dann einfach raus. Und ja. Gehen wir zu Erweitert. Da habe ich, könnt ihr diese Einstellung eigentlich komplett übernehmen. Ich kann euch dazu nicht alles genau was sagen. Ihr könnt jetzt mal kurz auf Pause machen oder so, euch das komplett angucken. Ich kann euch nicht zu allem was erklären. Und wenn ihr es genauso übernehmt, seid ihr glücklich wie ich. Joa, gehen wir weiter zu Quick Sync Encoder. Das brauche ich gar nicht. Vor allem hier, ich kann auch nichts anklicken. Also es ist völlig nutzlos für mich. Ein Browser, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, habe ich noch nie benutzt. Und den Rest habe ich irgendwie auch nicht benutzt. Hier kann man noch Szenenwechsel machen. Das heißt, dass ihr irgendwie so eine Taste drückt und dann wechselt da die Szene. Äh, das braucht allerdings niemand. Also braucht, was heißt niemand, ne? Ich brauche das auf jeden Fall gar nicht. Vor allem nicht in der Aufnahme. Für einen Stream wäre das eventuell sehr interessant. Aber für mich, ich brauche das einfach gar nicht. Das heißt, wir können das Ganze schließen. Und das wäre es eigentlich. Wenn wir jetzt hier anfangen aufzunehmen, beziehungsweise wir machen erstmal eine Streamvorschau. Streamvorschau bedeutet jetzt nicht, dass ihr jetzt streamt oder so. Ihr seht einfach jetzt nur, was quasi bei der Aufnahme zu sehen wäre. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal euer Minecraft starten. Das kann ich euch jetzt nochmal zeigen hier. Wir starten unseren Minecraft. So, das ist jetzt nicht zu sehen. Ich drücke auf Play. Und wir sehen jetzt hier. Ja, ja, was sehen wir das jetzt hier? Minecraft. So. Wir sehen es hier. Ich ziehe mal Minecraft auf einen anderen Bildschirm. Hier ist das, was im Endeffekt zu sehen ist im Video. Also wenn ich jetzt hier, ich gehe mal kurz auf Multiplay. Also wie gesagt, das hier ist das Bild in OBS. Ganz wichtig. Das ist jetzt nicht mehr ein Minecraft-Fenster. Denn Minecraft-Fenster ist hier. Also das kann ich so rüberziehen. Ja, und ihr seht halt, was ich hier drin mache. Wird also angezeigt. Ja, das war es eigentlich so von meinen Einstellungen hier. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Oder auf Twitter. Ist auch egal. Und dann sage ich Tschüss. Ja, jetzt ist mir gerade beim Schnitt des Videos aufgefallen, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass ihr noch mit dem Klick auf diese schönen Teile natürlich die Lautstärke auch verändern könnt. Beziehungsweise das Mikro oder den Sound einfach deaktivieren könnt. Das heißt, falls ihr keinen Sound habt, probiert mal einfach aus, ob ihr da irgendwie geklickt habt. Und falls ihr mit Outer City noch aufnehmen wollt, dann müsst ihr natürlich auch euer Mikro deaktivieren, damit ihr nicht doppelt einen Sound habt. Und ja, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und dann würde ich sagen Tschüss.